Gestern Mittag konnte British Airways ihren ersten Airbus A350 1000 am Flughafen London Heathrow begrüßen. Ein schwer beeindruckendes und ziemlich besonderes Flugzeug, dazu auch noch eines der teuersten Maschinen überhaupt, die Fluggesellschaften aktuell auf dem Markt bekommen können. Außerdem bringt die Maschine auch ein bisschen was Neues zur britischen Fluggesellschaft. Grund genug, um jetzt einfach mal ein bisschen über das Flugzeug zu quatschen und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut. Das Wichtigste direkt an dieser Stelle mal vorweg, Aeronews Germany gibt es jetzt auch auf Twitter. Das muss ich einfach mal ausprobieren. Ich kenne mich damit noch nicht so wahnsinnig gut aus. Also im Moment passiert da noch nicht so wahnsinnig viel, aber ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch da mal vorbeischaut. Da können wir dann eventuell über solch aktuelle Ereignisse wie beispielsweise den ersten A350 für British Airways quatschen. Bei dieser Fluggesellschaft ist zurzeit echt ganz ordentlich was los. Man feiert gerade 100 Jahre Zivilluftfahrt in Großbritannien mit einer Handvoll wirklich netter Retro-Bemalung von Vorgängern der British Airways oder aus schon längst vergangenen Zeiten dieser Fluggesellschaft. Gleichzeitig schlägt man jetzt mit dem ersten Airbus A350-1000 ein neues Kapitel auf und geht damit mit viel Druck so ein bisschen gegen das vielleicht schon etwas angestaubte Image der British Airways an. Ganz offiziell übernommen hat die Fluggesellschaft ihren ersten von insgesamt 18 bestellten A350-1000 bereits am Freitag in Toulouse. Der darauf folgende Überführungsflug von Toulouse nach London Heathrow, der fiel dann aber dummerweise flach, weil an diesem Tag der Flughafen dermaßen voll war, da hätte sich wohl niemand über die Ankunft des neuen Flugzeuges wirklich freuen können und deswegen hat man den Slot, den man für diesen Flug eigentlich gebraucht hätte, einem anderen Flugzeug überlassen. Einem Flugzeug, das dann eben mit Passagieren gefüllt war. Also die ganze Nummer einen Tag später. Vorher hat man noch kurz einen Zwischenstopp eingelegt in einem, naja, anderen französischen Ort. Dort hat man die Besatzung mit dem echten Fluggerät trainieren lassen, bevor es dann zum Überführungsflug nach London Heathrow ging. Diese Trainingsausflüge, die sind vollkommen normal, wenn eine Fluggesellschaft einen komplett neuen Flugzeugtypen übernimmt und das wird man jetzt mit dem British Airways A350 höchstwahrscheinlich auch in den nächsten Tagen noch häufiger sehen und die knapp 74 Meter lange Maschine wird eventuell oder höchstwahrscheinlich in den nächsten Wochen auch erst einmal auf einer kürzeren oder auf einer vergleichsweise kurzen Verbindung eingesetzt und zwar wahrscheinlich auf der Verbindung von London nach Madrid. So ganz sicher ist das mit den dazugehörigen Daten für diese Flüge aber anscheinend noch nicht. Also ich konnte da nicht so wirklich klare Aussagen im Internet finden. Allerdings verdichten sich so ein bisschen die Gerüchte, dass es am 6. August losgehen soll und dass die Maschine eventuell sogar täglich auf dieser Rotation unterwegs sein wird. Das ist wie gesagt vollkommen normal, dass die neuen Flugzeuge erst einmal auf etwas kürzeren Verbindungen fliegen, denn so bekommt man vergleichsweise schnell eine große Anzahl an sogenannten Legs zusammen. Das ist wichtig, um Crews effizient auf den Flieger trainieren zu können und gleichzeitig ist es natürlich auch ganz gut für technische Besonderheiten, für technische Überraschungen, die mit einem neuen Flugzeug, mit einer neuen Kabine ja durchaus am Anfang mal auftreten können, wenn das Flugzeug halt locker in den Flugplan integriert wird, wenn das Ganze nicht so wirklich eng getaktet ist und wenn das Flugzeug halt eben abends wieder zu Hause im eigenen Hangar stehen kann. Auf die Langstrecke, da an wo er hingehört, geht der A350-1000 der British Airways dann ab dem 2. September. Dazu gibt es auch eine klare Aussage von der Fluggesellschaft und die erste Verbindung wird den Flieger von London nach Dubai führen. Einen Monat später kommt dann Toronto als neues A350-1000 Ziel hinzu, ab dem 1. Dezember dann noch Tel Aviv und am ersten Tag des neuen Jahres, also am 1. Januar 2020, wird dann noch Bangalore mit ins Streckennetz des A350 bei dieser Fluggesellschaft aufgenommen. Und damit das auch alles reibungslos funktionieren kann, kommen in diesem Jahr noch laut aktuellem Planungsstand zumindest drei weitere Maschinen vom Typ A350-1000 zur British Airways. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist diese erste Maschine, die mit der passenden Registrierung Golf, X-Ray, Bravo, Whisky, Alpha. Das ist, soweit ich weiß, tatsächlich erst der 22. Airbus A350-1000 überhaupt. Bis jetzt haben auch nur die Fluggesellschaften Qatar Airways und Cassay Pacific Flugzeuge des Typs übernommen. British Airways ist jetzt also erst die dritte Fluggesellschaft mit einem solchen Flugzeug. Und ja, dieser A350-1000 wird aber nicht lange der einzige in Großbritannien bleiben, denn jetzt in den nächsten Wochen wird wohl auch Virgin Atlantic den ersten A350-1000 übernehmen. Diese Fluggesellschaft wird mit dem neuen A350 höchstwahrscheinlich schon bis Ende des Jahres ihren A340-600 in der Flotte ersetzen. Ja, und genauso wie das auch British Airways macht, führt auch Virgin Atlantic mit dem neuen A350-1000 ein komplett neues, komplett überarbeitetes Kabinenprodukt ein. Den ersten Flug gibt es hier wahrscheinlich am 10. September 2019, und zwar auf der Verbindung von London nach New York. Ja, Klassiker. Und so haben tatsächlich in den nächsten Monaten zwei große britische Fluggesellschaften, eines der modernsten, beeindruckendsten, aber auch eines der beliebtesten und mit knapp 370 Millionen US-Dollar Listenpreis auch eines der teuersten Flugzeuge auf dem Hof stehen. Bei British Airways bekommt ihr mit dem neuen A350-1000 dann vor allem die neue Club World Kabine mit der neuen Club Suite. Das bedeutet 56 Sitze in einer erstmal großen, dann in einer kleinen Kabine verteilt in einer modernen 1-2-1 Konfiguration. Dahinter findet man dann noch einmal 56 Sitze von der sogenannten World Traveller Plus Kategorie, das dann in einer 2-4-2 Konfiguration und dahinter dann eben nochmal 219 Economy Class Sitze und die, wie man das beim A350 gewohnt ist, in einer 3-3-3 Konfiguration. Tja, auf jeden Fall ein schönes Flugzeug, schöne Sache, dass das Ding bald bei British Airways unterwegs ist und eine spannende Frage, welches Flugzeug dann dem Kunden am Ende am besten gefällt. Das Ding bei British Airways oder der A350-1000 bei Virgin Atlantic. Da bin ich auch sehr gespannt auf eure Meinung. Und dann soll es das Freude gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, schaut gerne bei Twitter vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.